Hallo und herzlich willkommen auf EWO2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K19 das Community Universe das EWO-Verse. Ja der nächste oder beziehungsweise doch der nächste Pay Per View steht schon wieder vor der Tür und es ist meiner Meinung nach einer der coolsten Pay Per Views die wir auch in der Realität haben. Sogar mein persönlicher Lieblings Pay Per View Royal Rumble einfach wegen dem Royal Rumble Match weil es einfach mal was anderes ist zu dem was es sonst so im Kalender gibt. Auf jeden Fall da haben wir jetzt wieder vier Folgen bis es soweit ist. Bis dahin wird wieder eine Menge passieren. Heute in der Folge werdet ihr schon ein paar Neuerungen für WWE 2K20 erfahren die ich dann im weiteren Verlauf der Folge sagen werde. Ich würde das jetzt nicht alles hier wieder am Anfang runterrattern weil dann sowieso die meisten wieder nicht zuhören weil sie wahrscheinlich sowieso schon wieder geskippt haben weil man jetzt direkt ganz ganz schnell zu den Matches muss aber ja natürlich ist nicht jeder so aber der ein oder andere tickt leider so. Das ist leider leider Fakt. Das sehe ich auch immer in meinen Statistiken die ich auf YouTube habe. Aber ist ja egal. Auch so Leute braucht einen YouTube Kanal. Auf jeden Fall wenn ihr heute das erste Mal hier auf meinem Kanal seid und ihr habt Interesse hier bei diesem Community Projekt mit eurem erstellten Charakter mitzumachen schaut euch dazu mal das Video in der Videobeschreibung an und erstellt euch euren Charakter an dieser Teilnahme. Ladet ihn dann hoch und dann kommt ihr am besten auf meinem Discord-Server vorbei und dort erfahrt ihr dann den aktuellen Status um euren hochgeladenen Wrestler. Ja und dann würde ich jetzt sagen wir beginnen heute mit Raw. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's. So und dann Samoa Joe im Opener gegen den King-Over. Da setze ich Samoa Joe durch. Dann haben wir Robert Root gegen den Gully. Da setze ich Gully durch. Dann hätten wir Sami Zayn, The Miz, Rey Mysterio und Cesaro in einem Viertel-Vorway-Match. Und ja gestern Sami Zayn. Wen hatten wir dort? Cesaro und The Miz waren ja gestern auch beim Pay-Per-View mit dabei in einem Viertel-Vorway-Match. Und Sami Zayn setzt sich hier in diesem Match durch. Dann der übrigens auch der neue Champion ist. Bevor ich es vergesse. Da haben wir Willi gegen Steve Raymond. Steve Raymond war ja gestern auch in dem Match mit dabei, aber verloren. Hier setzt sich Willi durch in diesem Match. Und die beiden sind jetzt miteinander verfeindet, so wie es aussieht. Willi und Steve Raymond. Dann haben wir Braun Strowman gegen Drew McIntyre. Hier setzt sich Braun Strowman durch. Und im Main Event The Predator gegen AJ Styles. Hier holt sich Predator den Sieg. Der Devil of Joker noch mit einer Probe wieder von Adam Black unterbrochen. Ja, dann schauen wir mal in die News rein. Was wir da haben? Eine alte Rivalität loderte nur auf, nachdem The Devil of Joker seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hatte. Adam Black kam. Die beiden hatten eine hitzige Debatte über die Mikrofone und zeigten sich mit dem Ergebnis ihres letzten Matches. Und zufrieden. Sie wollen die Rechnung begleichen mit Einsatz am höchsten in einem Championship Match. Das passt. Die haben ja sowieso noch im Rückmatch. Das WWE-Universum ließ Steve Raymond deutlich wissen, was es davon hält, dass er seinen Gegner und die Menge, der hat respektlos behandelt. Burger King. Burger King. Murdoch ging seinen Gegner mit einem wütenden Angriff an. Das war ganz klar die Rache für alles, was er erleiden musste. Die Ausdauer, die er an den Tag legte, hat ihm die Gunst des WWE-Universums und seine Unterstützung eingebracht. Okay. Rivalitäten haben wir momentan zwei Stück, so wie es aussieht. Da haben wir King Over gegen den Murdoch und Willi gegen Steve Raymond. Beide jeweils acht Wochen. Eine Rivalität wäre derzeit frei. Eventuell Root gegen Galita ist momentan der rote Bereich erreicht. Schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Championship Ranking sieht momentan folgendermaßen aus. Ja, Xubix hat ja sein Match gegen den Predator verloren. Da gibt es natürlich wieder noch das Rückmatch zu sehen. Ja, dann haben wir hier Raymond, The Miz und Cesaro auf den letzten Plätzen. Natürlich hat Cesaro noch sein Rückmatch, aber ich habe das jetzt mal so eingestellt, wie es halt von der Eliminierung her gewesen ist. Ja, keine Veränderung im Tag Team Ranking, wie kann es auch anders sein. Gehört das leider dazu, aber Walter ist an Adam Black vorbeigezogen. Aber auch Adam Black hat natürlich noch sein Rückmatch in diesem Sinne. Werden wir bei Raw fertig und gehen dann mal zu All Elite Wrestling rüber. Und da starten wir mit den Lucha Bros. gegen Ty Dillinger und beziehungsweise Sean Spears und den Luchasaurus. Da setzen sich die Lucha Bros durch. Dann haben wir Van Knight gegen Death Psycho. Hier holt sich tatsächlich Death Psycho den Sieg. Tragt es im Kalender ein. Death Psycho, wir feiern es. Wir stehen hinter dir. Ich glaube, jeder gönnt hier immer ein bisschen Erfolg im E-Verse. Vor allem auch noch, wenn es gegen Van Knight ist. Den kann sowieso keiner leiden. Cody Rhodes, Ken Yomega, Time Hunter und Alien im Vettel-Forward-Match. Hier setzt sich Cody Rhodes durch. Invader gegen Chris Jericho. Da setzt sich Chris Jericho durch. Pascal Mason gegen Adam Gavry. Hier holt sich Pascal Mason den Sieg. Und da haben wir noch zum Show-Innen der Eigenwärmung von Adam Page. Da mischt sich aber hier unser guter alter Herr Moxley ein. Ansonsten haben wir noch Michael Masters gegen Kim Medaro. Hier holt sich Kim Medaro tatsächlich den Sieg. Also bei dem scheint es wieder zu laufen. Der scheint sich wirklich wieder gefangen zu haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann gehen wir mal in die News herein. Vier Sachen. John Moxley versuchte mit der Menge über seinen jüngsten Erfolg zu sprechen. Aber Hangman Adam Page unterbrachen der Mikrofon, um seine eigenen Ansprüche auf beste Chancen zu stellen. Die Konfrontation zwischen diesen beiden Superstars könnte der Beginn einer aufkeimenden Rivalität sein. Ich muss unbedingt einen anderen Hangman Page runterladen. Der sieht schrecklich aus. Wenn man noch, Orson Bishop nutzte einen der ältesten Tricks überhaupt und lenkte Pascal Mason ab, sodass sein Gegner ihm in den Rücken fallen konnte. Dieser Superstar verschafft sich einen Vorteil dadurch, dass sein Gegner sich zu sehr auf das kommende Match konzentriert. Derek Golden Jr. tauchte direkt nach dem Match von Invader auf und versportte die Leistung seines Rivalen. Das könnte der Beginn eines langfristigen Plans sein, seinen Rivalen zu verunsichern, damit dieser Fehler macht, wenn es am meisten darauf ankommt. Und die Young Bucks erschienen auf der Bühne, um ihre Rivalen Lucha Bros nach dem Match zu versporten. Danach gab es reichlich Trash-Talk von beiden Seiten. Beide Teams wollen sich vor ihrem Tag Team Championship Match unbedingt einen Vorteil verschaffen, egal ob auf körperlicher oder mentaler Ebene. Rivalität haben wir noch 11 Wochen. Golden Jr. gegen den Invader, 5 Wochen Masters gegen Kim Medaro und 5 Wochen Bishop gegen Pascal Mason. Championship Ranking, ja da ist natürlich auch das Rückmatch zwischen Michael Masters und Jon Moxley offen, aber Derek Golden Jr. bringt sich jetzt momentan trotzdem an die Hauptherausfordererrolle. Time Hunter ist an Kenny Omega vorbeigezogen. Ich feiere es ja überhaupt, dass wir mal Veränderungen in dem Ranking haben. Das ist ja selten der Fall. Und hier ist natürlich einfach schon mal wieder das absolute Negativbeispiel, wie es nicht sein sollte. Tag Team Division irgendwie genau das gleiche. Keine Ahnung, was hier so falsch läuft. Na gut, dann werden wir auch bei AEW Fetch und gehen mal zu NXT rüber. Yo, NXT startet mit Marcel Perez gegen Tim the Beast. Hier setzt sich Marcel Perez durch. Und auch hier ist jetzt auf einmal eine neue Feindschaft am Start. Er mag auf einmal Tim the Beast nicht mehr und umgekehrt. Und Tim the Beast hat irgendwie einen Status-Effekt, den ich nicht verstehe. Sein Kopf geht hoch und runter anscheinend. Dann haben wir Adam Cole gegen Cassius Ono. Hier holt sich Adam Cole den Sieg. Arik Tiger gegen den Devil Gamer. Hier holt sich Devil Gamer den Sieg. Jordan Peugeot kill den Dane und Johnny Gargan und einem Triple Threat-Match. Hier holt sich Jordan Peugeot den Sieg. Dann haben wir Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Danny Burch und Oni Lorcan. Hier holen sich ja, an Dispute Era den Sieg. John the Danger trifft auf den Philip King. Hier holt sich Philip King den Sieg. Und der Main Event, den wir uns heute anschauen werden, GK5 gegen den Snowman. Schwung ist schnell. Einzug kann ich gar nicht einstellen. Also können wir schon davon ausgehen, dass jetzt gleich was passieren wird. Ab geht's. Oh, es kommt doch ein Entrance. Aber dann wird es wahrscheinlich irgendeine Attacke gleich geben. Ja und da kommt erstmal GK5 und da passiert es auch schon direkt. Er hat ihn nicht gesehen. Er hat sich umgedreht, aber er hat ihn nicht gesehen. So, jetzt auf jeden Fall geht es hier oben auf der Stage los zwischen beiden. Neckbreaker geht schief. Und dafür gibt es hier so einen Flying Shoulder Block von Snowman. Und jetzt rennen sie doch zum Ring. Warte, warte. Kämpf nicht ohne mich. So, das Match beginnt. Und Spine das dann direkt ab von Snowman. Ja, Snowman hat das ganz gut im Griff hier zum Anfang. Nächster Shoulder Block. Nach dem Irish Rip. Mann, der Job. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so heftig war. Aber trotzdem, Snowman liegt erstmal auf dem Boden. Und ein Roller. Hat der GK5 irgendwie nur Socken an oder sieht das so aus? Oder ist das so ein Tauchanzug? Doch, so ein Neoprenanzug, oder? Auf jeden Fall hat er keine Schuhe an. Ja, kennt man halt. Die Wrestle auf Socken, ne? Aber drauf treten, Snowman. Dann hat ich das Problem erledigt. So, der hat aber schon seinen Finisher. Und das gibt den Spike DDT. Da kommt das Wasser ab. Und da ist der Kick-Au. Da kommt paycheck. Ja, ich bin schon sicher das Wir da, was schon ein Blitz gegeben hat. Sehr gut. Du hast die Schäuにな die Schäuze auf Dämpfe für mich. Und da ist der Kick-Aubert. Die Kick-Aubert hat den Kick-Aubert. Und da ist der Kick-Aubert. Ach, da wollte ein Weckspielen, was geht schief? Das ist jetzt ein Fehler vom Snowman. Der Comeback ist ja erfolgreich, aber dafür wird der Finisher direkt gekontert. Gott, das soll ich auch sehen, wie hat jemand ein Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm. Wir waren mit dem Kopf relativ weit da, ich wollte mich gerade hier so am Kinn kratzen. Was, Snowman mit den Kicks? Und nächster Shoulderblock. Und der soll wieder der Finisher kommen, das gibt wahrscheinlich wieder den Spike DDT. Jo, diesmal von der anderen Seite. Und Pinfall. Eins, zwei, drei. Ja, da wollte er schuhlos durchs Feuer gehen, aber dann hat er sich doch beim Snowman unterkühlt, der GK5. Und der setzt sich erstmal hin und zelebriert so seinen Sieg. Ja, da muss der GK5, da muss beim nächsten Mal mehr kommen. Das war mehr oder weniger eine, ja, ich will es jetzt nicht komplett, aber eine klitzekleine Hinrichtung war es schon. Überwiegend, wie gesagt, der Snowman am Drücker gewesen, von GK5 kaum Impact gekommen. Mal beobachten, wie es weitergeht. Hier erstmal die Zusammenfassung. Neue Feindschaft auf jeden Fall zwischen beiden am Start. Dann gehen wir mal weiter. So, dann haben wir in den News. Snowman griff GK5 von hinten an und ließ seinen Frust an einem wehrlosen Superstars. Das WWW-Universum ließ in der Arena ohrenbetäubende Einwände gegen diese aggressive Aktion hören und macht ihm deutlich, dass er heute Abend eine Grenze überschritten hat. Das habe ich jetzt nicht so gehört, aber gut, wenn das da steht, muss das wohl stimmen. Philipp King startete eine Gegenoffensive gegen John the Danger und beglicht damit die Rechnung von letzter Woche. Die Intensität seines Gegners ist ihm nicht fremd. Jetzt hat er gezeigt, dass er in dieser Revolte nicht nachgeben wird, egal wie brutal es wird. Tim the Beast griff Marcel Paris von hinten an und ließ seinen Frust an einem wehrlosen Superstars. Das WWW-Universum ließ in der Arena ohrenbetäubende Einwände gegen diese aggressive Aktion hören und macht ihm deutlich, dass er heute Abend eine Grenze überschritten hat. Wie viele Leute eine Grenze überschritten haben, ist ja Wahnsinn. Rivalitäten, da haben wir noch 12 Wochen Snowman gegen GK5, 12 Wochen Paris gegen Tim the Beast und 10 Wochen John the Danger gegen den Philipp King. Sehr schön, da haben wir wieder Rivalitäten aufgefüllt. Championship Ranking darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Adam Cole ist hier an Pete Dunn vorbeigezogen. Snowman an John the Danger vorbei, Devil Gamer an Marcel Paris an Tim the Beast vorbei und Tyler Bate an GK5 vorbei. Unsere Tag Team Division von NXT sieht wieder folgendermaßen aus, aber auch hier wie bei AEW bei diesem Vierer Ranking eigentlich nie wirklich Veränderung. Dann kommen wir zum, ja, zum, zum, fast zum Abschluss. Kommen wir jetzt erstmal zu SmackDown rüber. So, SmackDown live beginnt mit einem fettel Vollmatch, wo ich auch mit dabei bin. Ansonsten Kevin Owens, Roman Reigns und Randy Orton. Ja, aber ich setze mich durch. Wunderschön nach Pinfall an. Kevin Owens, JDB mit einer Probe wird von Hergi unterbrochen und JDB setzt sich hier durch. Dann haben wir Alissa Black gegen Elias. Hier holt sich Elias den Sieg. Dark Magic trifft auf Tracer im Begleim von Page. Hier holt sich Tracer den Sieg. Ja, und dann das Match, was wir uns heute anschauen werden. Wieder das obligatorische Mid-Card-Rückmatch nach einem Pay-Per-View. Killer Game hat es mit Ben Punk zu tun. Schwungsschnell Einzug ein. Los geht's. Jo, und dann sind wir hier in der Arena von SmackDown. Lassen Jojo Lina mal wieder ankündigen. Da kommt, ja, der entthronte Killer Gamer. Schauen wir mal, ob ihm der Rückschlag gelingen kann. Oder ob es das Ende hier für ihn ist. Wenn er sagt, ein Intercontinental Championship. Oh, diese Beleuchtung, ey. Der sieht echt aus wie so ein Gespenst. Na gut, das überspringen wir dann mal und warten auf den Ben Punk. Da kommt er. Wird gar nicht angekündigt, oder was? Den Titel um, es sieht einfach so, die Titel sehen so dumm aus in diesem Spiel. Ich hoffe echt, dass da was dran gemacht wird. Vielleicht lag es auch wirklich an Jukes. Keine Ahnung, aber das sieht echt richtig doof aus. Na gut. Also, wie gesagt, Ben Punk im Ring. Wir gehen da mal weiter. Kommen Sie mal hier die Animation an vom Intercontinental Championship und die Ankündigung, worum es geht. Und... Und... Und da präsentiert er den Titel, den er gestern gewonnen hat. Ja und da geht es los und ich würde sagen, wir legen dann jetzt auch mal los, was ich eigentlich eben schon vorhatte. Aber weil es eben hier diese Animation war bei NXT, wo ich dann dachte, nicht, dass das Ganze irgendwie hier nur ein Squash-Match gleich wird oder so. Kommen wir dann jetzt dazu. Also das ist jetzt alles noch nicht ganz offiziell, aber das sind jetzt schon mal die Ideen, wo ich sage, zu 99% wird es auch definitiv umgesetzt. Die Änderung vom E-Verse in 2K20, wo natürlich auch nochmal dann, wenn das Spiel draußen ist, ein extra Video zukommen wird. Aber nur damit die Leute, die jetzt schon mitmachen, schon mal dabei sind und vielleicht noch sagen, hey, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Weil manche gibt es ja auch, die sich zum Beispiel WWE nur holen, weil sie beim E-Verse mitmachen. Da gibt es tatsächlich auch welche. Unglaublich, aber wir haben wirklich Leute, die sich nur deswegen WWE geholt haben. Auf jeden Fall die E-Verse 2K20 Änderung. Neu wird zum Beispiel sein, dass Namen zu eurem Charakter passen müssen. Es gibt nämlich einige, die haben eben die Bezeichnung Devil, Demon, dann irgendwas mit Beast. Aber das muss, wie gesagt, jetzt auch, gerade Demon ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gibt so viele, die Bezeichnung Demon im Namen haben, aber nicht ansatzweise irgendwas mit Demon zu tun haben. Also deswegen wird da aufgepasst. Natürlich könnt ihr zu einem sagen, ja, aber ich nenne mich schon immer so. Aber das sind die Regeln. Ich mache die Regeln dafür und das muss auch berücksichtigt werden, weil das Ganze soll ja auch schon ein bisschen vernünftig ablaufen. Und man kann sich auch mal einen neuen Charakter erstellen. Das ist sowieso, was ich vielen Leuten raten würde, in 2K20 mit einem neuen Charakter an den Start zu gehen. Dann, Signature dürfen keine Finisher mehr sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir ist einfach mal aufgefallen, dass viele ein F5, ein RKO, ein Curbstorm als Signature haben. Das ist einfach verboten. Das ist ein Finisher von Brock Lesnar. Das ist der Finisher von Randy Orton. Das ist der Finisher von Seth Rollins. Und es ist einfach viel zu overpowered, wenn dann noch hier sowas als Signature verwendet wird. Deswegen wird sowas dann auch in dem neuen Spiel von mir verboten. Eine weitere Änderung ist, Signature und Finisher müssen im Ring und außerhalb des Rings identisch sein. Ist der Move außerhalb nicht verfügbar, sollte es ein ähnlicher Move sein, der dann verwendet wird. Und was ist damit gemeint? Also man kann ja Finisher im Ring einstellen, Finisher außerhalb des Ringes. Und viele machen sich zum Beispiel im Ring dann ein RKO und dann machen sie draußen auf einmal kein RKO mehr, sondern nochmal irgendwas anderes. Und das passt nicht, weil der Finisher sollte ja wirklich auch das sein, womit ein Charakter wirklich zu identifizieren ist. Und wenn dann draußen was anderes als drin ist, ist einfach komplett bescheuert. Das haben sehr, sehr viele. Das finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich finde es persönlich besser, wenn du wirklich auch draußen hast. Weil gerade in Hardcore-Matches oder sowas, erkennt man das dann ja gar nicht so wirklich. Ob das dann jetzt ein Finisher ist oder sowas, wo es auf einmal war, weil man es sonst von dem Charakter nicht kennt. Dann wird es auch so sein, dass diverse Talente verboten werden, da sie bei KI-Matches für schlechtes Gameplay sorgen. Zum Beispiel, das habe ich ja nachträglich schon gemacht, weil es am Anfang in dem Informationsvideo vom E-Verse halt noch nicht so war. Aber die Triple-Powerbomb wird verboten und die Powerbomb into the Boston Crab. Weil einfach die Powerbomb into the Boston Crab ist wirklich kompletter Schwachsinn. Das haben wir auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig gesehen, dass die durchgeführt wird. Dann kommt, glaube ich, noch der Widerstand oder sowas. Auf jeden Fall befreit sich derjenige, der sich gerade in der Powerbomb oder der sich gerade in der Boston Crab befindet. Und er kann dann trotzdem das Match nicht mehr die Niederlage verändern, weil einfach dann ein Pin voll reicht. Deswegen wird die Powerbomb into the Boston Crab, die sowieso jetzt nicht so ein krasser Move ist, im neuen Teil verboten. Dann ist etwas, was eigentlich jetzt auch schon verboten wird, aber ich habe es irgendwie dann vergessen, so mehr oder weniger die ganze Zeit zu überprüfen. Aber also auf jeden Fall nochmal der Hinweis, Sprung-Moves vom obersten Ringseit sind nur noch Charakteren überlaufen, bei denen es von den Körperproportionen her realistisch ist. Also Super Heavyweights werden nicht mehr vorm Toprope springen können. Das hat einfach wirklich den Grund, weil es wirklich total absurd ausübt. Es gibt Rester, ja. Super Heavyweights, die können das, aber das sind auch absolute Ausnahmen. Und wir können hier im E-Verse nicht sagen, ja, wir machen jetzt mal eine absolute Ausnahme, weil dann sind wir wieder am Punkt erreicht, wo es dann am Ende wieder jeder hat. Und das geht einfach nicht. Und deswegen ist es was, was im E-Verse 2K20 verboten wird. So, ja Leute, das waren jetzt erstmal die ersten Informationen. Vielleicht fällt mir noch ein bisschen mehr ein, was dann auch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Folgen von mir rausposaunt wird. Aber am Ende muss man ja sowieso erstmal abwarten, was kann denn WWE 2K20 überhaupt. Vielleicht ist es ja auch wieder alles ganz anders, als wir denken. Und deswegen sollten wir größtenteils schon mal oder nochmal abwarten, bis wir dann das Spiel in den Händen halten. Aber das sind, glaube ich, schon mal ein paar Dinge, die man auf jeden Fall so für die Charaktererstellung festhalten kann. Und jetzt konzentriere ich mich auch mal persönlich auf das Match. Ich hoffe, ihr habt das bis dahin getan. Habe mir nur nebenbei zugehört. Aber auf jeden Fall, ja, sehen wir jetzt auch das Comeback von Killer Gamer, die auch nur Platzwunder hat, was ich zum Beispiel bei meinem ganzen Erzählen nicht mitgebracht habe. Ich bin echt hier das perfekte Beispiel, da ich nur eine Sache gleichzeitig kann. Ich kann erzählen, aber ich kann nicht zugucken. Zur gleichen Zeit. So, auf jeden Fall, Ben Punk macht das erstmal gar nichts anscheinend hier aus. Hat ja auch das Comeback, glaube ich, dann danach, den Finisher oder was immer kommen sollte, ganz gut abgewendet, der Signature. Aber jetzt steht er halt da. Er steht da und guckt. Ein paar Dinge habe ich auch gestern schon angesprochen in der Pay-Per-View-Folge von Clash of Champions. Und den habe ich eben mitbekommen hier. Den 619 habe ich eben mitbekommen. Jetzt zeigt Ben Punk ihn nochmal. Und er steht wieder da. Irgendwann hat er keine Lust, der Ben Punk. Das ist zum Beispiel auch was, was ich den Leuten rate, wenn man einen 619 benutzt, weil man dann ja außerhalb steht, dass man sich dann als Finisher irgendwas anderes wählt, dass man dann direkt in den Ring springen kann. Keine Ahnung, vielleicht eine phenomenal Form oder sowas, dass man den Gegner dann animiert zum Aufstehen. Ja und Ben Punk, dafür, dass er jetzt da rumgestanden hat und nichts getan hat, muss er sich jetzt die Schläge vom Killer-Gamer gefallen lassen. Und das ist echt wieder hier KI auf dem absoluten Top-Level. Aber Ben Punk kann sich trotzdem wieder befreien. Das kann ich vielleicht noch ergänzen. Also was euch gestattet ist, ihr dürft ein Signature als Finisher nehmen, aber kein Finisher als Signature. Weil ich bedenken kann, dass viele jetzt sagen, ey, was ist denn zum Beispiel mit dem 619 als Finisher? Aber in der Realität nutzt Ray den ja auch nicht als Finisher. Mittlerweile. Früher hat er es, glaube ich, gemacht. Jetzt zeigt er noch so eine Sprungbuchaktion. Das geht zurück in den Ring, kurz vor 10. Jetzt will Killer-Gamer wohl sein Spear zeigen. Bin voll. 1, 2, aber Ben Punk kommt raus. Ach, es war zum Beispiel der Signature, okay. Also das wäre zum Beispiel jetzt auch was. Und der AKO sitzt. Man darf schon Spear als Signature nehmen, aber halt nicht mehr den exklusiven Finisher voraus. Weil es war ja der von der Team Killer-Gamer und ich auf jeden Fall den Intercontinental Championship zurück. Und ja, sorgt dafür, dass diese Rivalität zwischen den beiden weitergeht. Das werde ich direkt mal hier in meine Liste eintragen, dass das nicht vergessen wird. Ich muss mich unbedingt wieder dran denken, was mir auch Arbeit erleichtert, indem ich hier meine Liste auch wirklich pflege. Weil da muss ich nicht immer zurückgehen zu den Folgen. Und mal anschauen, was da noch passiert ist, wenn es dann nicht um Rückmatches oder so geht. Ja, Glückwunsch an den Killer-Gamer. Ben Punk wird natürlich sein Rückmatch noch bekommen. Das wird dann beim Royal Rumble der Fall sein. Und ja, während die beiden dann jetzt hier von Dunn ziehen, beziehungsweise während der Ben Punk von Dunn zieht. Lange Titel, Regentschaft war es jetzt nicht. Gehen wir mal zurück ins Menü. Jo, dann haben wir noch ein Tacky-Match. Die EWO, die gestern auch entthront wurden, ein Bullshit-Match. Gegen die Black Invasion, da holt sich die EWO den Sieg. Dann haben wir Taylor gegen Finn Balor. Im Main Event, da holt sich der Taylor den Sieg. So, dann gehen wir in die News rein. Shinsuke Nakamura hing beim Ring herum, behauptet, er wolle seinen Titel, äh, er wolle seinen Titel, er wolle seinen Rivalen ausspähen. Dass das nur ein Vorwand war, fiel auf, als er Taylor während des Kampfes ablenkte und so seinem Gegner ermöglichte, von hinten zuzuschlagen. Er hat bei diesem Psychospielchen in die Oberhand über seinen Rivalen manipuliert und frustriert ihn, wie es ihm gefällt. JDB rief Hergi zum Ring, um ihn wegen seiner Aktion von letzter Wort zu reden zu stellen. Was hat er gemacht, der Hergi? Die Stimmung rief schnell außer Kontrolle, als die beiden Superstars aufhörten zu reden und die Fäuste sprechen ließen. Was ihre Diskussion an Handwerste Prügelei verwandelte. Rivalitäten haben wir momentan auch hergegen JDB. Hat diese Woche begonnen, geht zwölf Wochen. Nakamura gegen Taylor geht noch zwei Wochen, ansonsten ein Platz wäre aktuell frei. Schauen wir mal, was da so kommt. Dann gehen wir nochmal zum Championship-Ranking rüber. Da gibt es keine Veränderung. Ich bin weiterhin, oder ja doch, natürlich, was heißt weiterhin, ich bin wieder der neue Champion. Und ja, hier sind die Veränderungen nach dem Match gestern. Das ist wieder so angepasst worden, wie halt die Ausscheidungsreihenfolge war. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir dann mal, weil auch beim Tag-Team-Ranking wieder nichts ist. Aber Hardcore-Ranking vielleicht hier nochmal. JDB an Hergi vorbei, Walter an Adam Black und Willi an Dark Magic. Ich glaube, hier gab es dann tatsächlich doch nochmal Änderungen nach SmackDown. Dann gehen wir mal jetzt hier zum Abschluss, zum letzten Part der heutigen Folge. Wir gehen zu Main Event und schauen uns das 24-7-Match noch an. So, Main Event beginnt hier mit unserer 8-Mann-Over-The-Top-Rope-Battle-Royale in Form von unserem 24-7-Match. Mit dabei Steve Raymond, Elias, Invader, Adam Page, Marcel Perez, Johnny Galleno, Delta und unser aktueller 24-7-Champion No Way, Jose. Schwung ist schnell, Einzug aus. Los geht's. So, Match beginnt. Elias schnappt jetzt erstmal Adam Page, aber Delta kommt dazu und da bericht das Ganze. Jetzt geht er aber auf den Champion. Oh, er kickt vorbei an No Way, Jose. Jetzt trifft er ihn dann doch, aber er fällt noch nicht raus. Oh, da ist der erste eliminiert. Steve Raymond hat jemanden rausgehauen. Und ja, das war Marcel Perez. Und jetzt vielleicht doch das Ende für den 24-7-Champion. Nee. Gargano jetzt in Gefahr. Aber der kann sich wieder befreien. Ich bin echt erstaunt. Sieben Leute noch drin. Nach 40 Sekunden. Und Gargano ist eliminiert. Jetzt kann es natürlich gleich doch wieder ruckzuck gehen. So, Elias ist jetzt gegen Delta, aber da kommt der Reversal, der Job. Und noch ein Job. Und Invader greift jetzt von hinten an, aber irgendwie hat er jetzt doch keinen Lust mehr. Eine Minute 20 vorbei. Erst zwei Leute raus und Delta ist raus. Also EWO wird nicht 24-7-Champion. Jetzt gibt es hier einen DGT gegen Invader. Haben wir noch fünf Leute drin. Nach einer Minute 40. So, Invader haut jetzt Hangman Adam Page raus. Und dann waren es nur vier. Drei Minuten sind noch Zeit. Zwei Reale, zwei Abonnenten. Und Tiefschlag gegen Steve Raymond. Und der Champion ist raus. No Way Jose von Invader eliminiert. Und der schnappt sich jetzt auch Elias. So, jetzt geht's. Jetzt vielleicht das Ende von Steve Raymond in diesem Match. Dann gibt's Schläge. Jetzt nimmt er doch an. Ne, doch. Er nimmt Anlauf und Steve Raymond ist raus. Invader oder Elias. Eine Minute 57 ist noch Zeit. Und das ist jetzt, glaube ich, gefährlich für den Invader. Der kann mich jetzt nicht kontern. Der Mann, der in der Realität aktuell 24-7 Champion ist. Ja, da wehrt sich den Wader noch. Kann sich befreien. Und jetzt vielleicht nächste Chance. 5 Sekunden. Oh, jetzt Invader schnappt sich Elias. Oh, jetzt Invader schnappt sich Elias. Macht ihn beim Ringseil wieder fest. Und eliminiert ihn. Und eliminiert ihn. Invader ist tatsächlich der neue 24-7 Champion. Kurz vor dem Ende, vor Ablauf der Uhr schafft er es tatsächlich und schmeißt Elias raus. Ja. Dann einmal bitte das Statement von Invader. Bist du zufrieden mit diesem Titel oder wärst du lieber gewesen, du wärst du nicht gewonnen? Der ja hier unter als Jobber-Titel bekannt geworden ist. Also er genießt auf jeden Fall den Moment fürs Erste. Schauen wir mal, ob, wenn er dann mal kurz drüber geschlafen hat, ob es dann immer noch so ist. Na gut, in diesem Sinne, während hier die Siegesfeier läuft und wir hier Invader mit einer Platzrundung im Titel sehen, gehen wir dann mal zum nächsten Part der heutigen Folge. Ja, dann haben wir Dev Psycho gegen Adam Gabriel. Da holt sich Dev Psycho den Sieg. Da haben wir den Cold Club gegen die Black Invasion. Da holt sich der Cold Club den Sieg. Dann haben wir die Red Army gegen Devil Gamer und John the Danger von NXT. Red Army mit dem Sieg. Dann haben wir noch eine Battle Royale mit Ricardo Balesco Jr., Patrick King, Van Knight, Gully, John Peugeot, Hergi, Larry und Ace Wright. Hier holt sich in diesem Match Patrick King den Sieg am Ende gegen Gully. Adam Black mit einer Promo wird von Walter unterbrochen. Und dann haben wir noch ein 1 gegen 1 Match am Ende. Mark Barrett im Begleit von Delta. Evo Toucan, Dark Manager gegen Crimson Shaw, der von Derrick Cobb Jr. begleitet wird. Und da holt sich der Mann von der EWO den Sieg. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge ankommen. Wir gucken uns dann jetzt mal das Power Ranking an. Aber ihr könnt schon mal natürlich wieder einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch heute gefallen hat. Schreibt euer Feedback natürlich wieder in die Videobeschreibung rein. Was fand ihr gut, was fand ihr schlecht, was würdet ihr vielleicht verbessern? Links zu meinen Social Media Accounts auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir mal ein Follower hinterlassen würdet, wenn ihr dort registriert seid. Ansonsten aktueller Uploadplan jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge. WWE 2K19, das Community Universe, das Evoverse. Um 17 Uhr wird dann bald das Fire Pro Wrestling World Evoverse starten. Auch dazu gibt es noch ein Video in der Videobeschreibung verlinkt, aber auch gleich noch im Outro zu sehen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch einen Charakter einreichen würdet bei beiden Spielen, wenn ihr es habt. Und hier nochmal für ein bisschen frischen Windzeug. Auf jeden Fall, das war es dann jetzt für heute. Ich bedanke euch ganz, ganz herzlich fürs Reinschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.